TADAAA Ja, gar keine Erwartungen, also ich bin da sehr pessimistisch, ja, war ja auch nur eine 8 in den Charts. Filt ihr das jetzt, oder? Filt ihr das jetzt? Ui. Was ist das? Ein Schnellbruch. Gib das her. Ein Tablet. Gib das her jetzt. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ebener Lauf, ja. Darf ich, was der Malte gemacht hat? Der Malte, es sieht aus, der Malte hat nur ein Fotobuch gemacht. Guck mal. Ist das ein Fotobuch? Weiß ich nicht. Guck mal hier. Freunde. Ah, guck mal. Guck mal. Da mit dem Küsschen. Guck mal, welches da. Hast du? Ey, du bist doch ein Arschloch. Guck mal, mach dir nen nackten Papa da rein, ey. Mach bitte mal. Klauze. Zeig mal. Richtig schön, Klauze. Das Foto kenn ich ja gar nicht. Ja. Wir sind jetzt gerade live im Video hier. Moin. Und du erzählst jetzt mal, wo du her bist und was du so machst. Komm. Mein Name ist Sascha. Ich bin von Skate8 und wir bauen Skateparks in Kriegskrisen und Slumregionen. Und wir sind eingeladen worden von den netten Herren unsere Spendendose auf der Tour zu stellen. Und deswegen hoffe ich auf rege Teilnahme und viel, viel, viel Schotter in diese Spendendosen rein, um unsere Projekte zu unterstützen. Ich sag schon mal vielen Dank. Und ich sag Manni, Manni, Manni. So, ja. Schönes Album geworden. Platz 8. Geil. Find ich gut. Ja, heute Münster. Tourstart. Ich freu mich. Voller Hütterwürz. Hab ich gehört. desaparet immer. Na, ich verdiene. Probchwirr, das heißt, duprisingst du immer wirst die erste Jahrhäuser macht. Ja! Ohhhh! Woahh! Hmm? Häcker. Ja, da muss ja die ganze Anlage... Lecker. Ohne Probleme durch. Mh...